Mein erstes Buch kommt auf den Markt, nämlich der Welpenalltagshelfer. Und ich werde euch zeigen, dieses Buch ist anders als das, was ihr bisher so kennt. Ich bin Petra Frey, Verhaltensexpertin für Hunde und insbesondere auf Welpentraining spezialisiert. Und was ich mache ist, ich gehe nach Hause zu den Menschen und ihre Welpen und begleite sie dort. Das mache ich nun schon seit einigen Jahren und ihr könnt euch vorstellen, dass ich da einiges von euch lernen durfte. Und was ich da gesehen habe, war, dass viele Menschen nicht daran scheitern, den Welpen etwas beizubringen, sondern in den verschiedensten Alltagssituationen, in denen der Welpe sich mal nicht so verhält, wie es in den Büchern manchmal dargestellt wird, total verzweifelt sind. Und dieses Wissen habe ich nun zu einem Buch zusammengefasst. Und ich habe mir überlegt, was brauchen Menschen mit ihren Welpen wirklich? In diesem Buch führe ich euch Schritt für Schritt durch die verschiedensten Alltagssituationen und zeige euch, wie ihr euch jeweils richtig verhaltet, wenn euer Welpe dies oder jenes macht. Sodass ihr eben auch auf Problemsituationen richtig reagiert und dadurch überhaupt keine Probleme entstehen und ihr nicht frustriert werdet. Jede Trainingsanleitung ist Schritt für Schritt bebildert und zusätzlich bekommt ihr Videos, die ihr euch online ansehen könnt. Also dieses Buch ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Welpen-Alltagshelfer. Und ich begleite euch durch diese wunderschöne, aber manchmal auch anstrengende Zeit, sodass ihr mit eurem Welpen zu einem tollen Team zusammenwachsen könnt.